Hallo ihr Lieben, das ist ein Vlog-Video zum CSD und zwar in Mannheim. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was man da so macht, wie es da so abgeht und euch einfach mal mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß! So, also meine Flagge nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist ein Muss, noch nicht wirklich eine Ausbruchstimmung, aber das wird sich noch ändern. Und zwar fahren wir mit dem Zug nach Mannheim und verbringen da den Tag auf der Demo und anschließend noch auf dem Hoffest. Wir sind in Mannheim angekommen und laufen jetzt mal zu einem Platz. Wir sind in Mannheim. Wir sind in Mannheim. Das war's. 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 Und vielleicht sieht man sich ja mal auf einem anderen CSD. So, und wer alle, die es interessiert, habe ich diese Endcard auf einem Höckerchen gedreht, weil ich war, 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 weil ich sonst zu klein war und die Flagge nicht umhängen wollte. Das war ja mal so, ja, ich war, weil ich mir war, weil ich war, weil ich ja, weil ich war, weil ich war, weil ich hier, ja, ja ... Vielen Dank.